Wie läuft die Bestellung eines GFK-Schwimmbeckens bei Pools Factory ab? 1. Mach dich zunächst mit dem Angebot von unseren Schwimmbecken und verfügbaren Zubehör auf unserer Webseite vertraut. 2. Wähle ein Poolmodell und die Ausstattung aus, mit der der Pool ausgestattet werden soll. 3. Der nächste Schritt ist das Ausfüllen des Kaufformulars, das du auf unserer Webseite findest. 4. Nachdem die Einzelheiten festgelegt sind, wird sich einer unserer Verkaufsberater mit dir in Verbindung setzen, um den Kauf des Pools abzuschließen. Sobald alle Details mit unserem Verkaufsberater festgelegt wurden, kann das Lieferdatum für den Pool vereinbart werden. 4. Antworten auf 99 der am häufigsten gestellten Fragen in Zusammenhang mit dem Kauf, der Montage und dem Betrieb des Pools wird dir der virtuelle Berater auf unserer Webseite beantworten. Solltest du noch Fragen haben, wende dich bitte an unseren Verkaufsberater, der noch verbleibende Zweifel sicherlich beseitigen wird. 4. Auf Wiedersehen. 5. Auf Wiedersehen. 5. Auf Wiedersehen. 5. Auf Wiedersehen.